Wichtig ist der Zusammenhang mit der UN-Konvention. Wie kam man auf die Menschenrechte? Wahrscheinlich können Sie das nicht glauben, aber die Menschenrechte wurden bereits vor 800 Jahren erwähnt. 1216 wurden sie schriftlich in England festgelegt. Und öffentlich wurden sie in der Magna Carta verkündet. Nun freue ich mich über die Diskussionsteilnehmer. Es geht um die UN-Konvention, über die lange verhandelt wurde. Es war ein harter Kampf und ein schwerer Weg dorthin, mit Barrieren und Diskussionen. Das Thema UN-Konvention ist Neuland für uns alle. Klar, bis jetzt hat man sich auf die Ratifizierung konzentriert. Jetzt folgt die Umsetzung. Da sind diese Fachleute gefragt. Und wie? Hörende Politiker wissen in diesem Zusammenhang nichts darüber, was in der UN-Konvention spezifisch zum Thema Behindertenrecht steht. Die UN-Konvention wurde ratifiziert. Nun sind die Länder an der Reihe diesen Vorgaben zu folgen. Ein Beispiel ist die Anerkennung der Gebärdensprache. Darüber wurde in ganz Europa bezüglich der Ratifizierung lange diskutiert. Meiner Meinung nach sollte diese Diskussion beendet werden. Denn die Länder müssen laut Konvention die Gebärdensprache anerkennen. So sieht die UN-Konvention heute aus. Was bringt sie uns für die Zukunft? Ich habe heute schnell im Internet recherchiert und dabei festgestellt, dass bereits 25 Länder sie ratifiziert haben, wie auch Herr Sondergaard erwähnt hat. Kanzlerin Merkel versprach die baldige Ratifizierung, was aber bis jetzt nicht erfolgt ist. Bereits 2007 war davon schon die Rede. Die Konvention ist schon unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert. Die Unterschrift bedeutet, dass Deutschland seine Zustimmung gegeben hat. Aber auf die versprochene Ratifizierung wird noch gewartet. Ich bin aber zuversichtlich, dass Deutschland bald dabei ist. Die Anerkennung der Gebärdensprache, Barrierefreiheit, Barriereabbau, ja, aber was in der UN-Konvention hundertprozentig die Menschenrechte betrifft, das bedeutet noch viel Arbeit. Damit ist man noch nicht fertig, oder? Ich vertrete die Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger, deren Vorgänger die BIV war, die Bayerische Interessenvertretung zur Anerkennung der Gebärdensprache. Mit dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz wurde endlich die Gebärdensprache in Bayern anerkannt. Jetzt ist die Anerkennung da. Da könnten wir uns doch freuen und uns auf unseren Läubern ausruhen. Oh nein! Ich sehe, da bedarf es noch einen langen Kampf hinsichtlich der Umsetzung. Es war interessant zu erfahren, dass Menschenrechte, individuelle Rechte, die Europäische Charta, Bildung für Eltern, für Kinder etc. schon bestehen. Viele Papiere, Chartes und Verträge sind stapelweise vorhanden. Überall steht, dass Kinder in allen Belangen eigene volle Rechte haben. Doch die Umsetzung ist schwierig. Wenn die UN-Konvention ratifiziert wird, ist die Umsetzung dann leichter, z.B. in gehörlosen Schulen? Wenn man dort den Wunsch und das Recht auf die Benutzung von Gebärdensprache hat, wird das dann einfacher oder wieder so langwierig wie früher? Das ist eine sehr gute Frage, auf die man besonderen Vermerk legen muss. Deshalb ist der Zusammenhang zum Diskurs in unserem Gespräch wichtig. Nehmen wir das Beispiel Berlin. Dort gibt es ein Landesgleichstellungsgesetz. Dieses wurde schon vor 10 Jahren beschlossen. § 10 einer dieser Artikel besagt, alle Lehrer in gehörlosen Schulen müssen bis Dezember 2007 Gebärdensprache lernen. Und das steht festgelegt im Gesetz. Da steht nicht können, sondern müssen steht dort. Aber wie wird es praktisch umgesetzt? Das Problem ist, denke ich, dass ein Diskurs fehlt. Die Folge ist, dass es an der Umsetzung hapert. Ob die UN-Konvention verbindlich oder unverbindlich ist, ist noch nicht klar. Ist sie verbindlich, muss dem ohne Wenn und Aber gefolgt werden. Ist sie unverbindlich, kann man das selbst ergänzen. Und das muss man unterscheiden. Wie geht man mit dem Hin und Her um? Jetzt beginnen wir an der Basis zu diskutieren. Wenn es später zu einem Umdenken kommt, kann man kompetente Leute dazu holen. Ich glaube, allen ist klar, dass bei der UN-Konvention noch einiges fehlt und sie oberste Priorität hat, was ihre und unsere Arbeit angeht. Oberste Priorität heißt, sich zu überlegen, wie wir die Fachleute unterstützen können bei der Umsetzung und was unsere Vorstellungen von Behindertenrechten sind. Die Menschenrechte beinhalten Gebärdensprache, Bildung, Kultur und soziale Kompetenz. Wir werden gemeinsam diskutieren. Und wir werden anfangen, die Dinge für die Umsetzung auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank.